So, wunderbar. Jetzt stehen wir im Zimmer 1. Ich zeige es Ihnen mal ganz kurz. Jetzt wieder das Fischgate-Paket am Boden. Dann ist eine schöne große Holzdielenleiste. Dann haben wir 3,50 Meter Deckenhöhe. Schauen Sie sich das mal an hier. Und Stuck oben an der Decke. Dann haben wir hier diese alten Kassettentüren mit den teilweise alten Beschlägen. Sie sehen, der Beschlag ist alt, aber der Türgriff ist ein bisschen neu. Und hier vom Zimmer 1 haben wir einen großen Durchgang zum Zimmer 2. Klicken Sie einfach auf den Link und dann können Sie sich das Zimmer 2 angucken. Okay, und hier dieses Zimmer ist mit einem Gaseinzelofen, den Sie hier in der Ecke sehen, beheizt. Die ganze Wohnung ist mit Gaseinzelöfen beheizt. Ist aber unproblematisch. Das war davor an einen Japaner vermietet im Winter. Und der hat gesagt, alles wunderbar. Das ist der Blick, den Sie über die Stadt Stuttgart aus dem Zimmer 1 haben. Sehr schön. Okay, wunderbar. Das ist jetzt wieder der Blick zum Flur.